Sehr schön, das finde ich ja faszinierend. Also wenn ich hier nach links gucke oder von deiner Seite aus nach rechts, ich habe hier mein Handy stehen und ich finde das ja genial, was ich da heute Morgen eingestellt habe, dass bei mir zumindest wird im Handy angezeigt, das, was ich spreche. Wie cool ist das denn? Was habe ich da denn faszinierendes heute eingestellt? Mega, so machen wir Dinge, ohne dass wir es wollen und es funktioniert. Wie wäre es, wenn es mit allem so leicht und einfach wäre? Wie viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit können wir da mit allem haben? Wie genial wäre das? Cool. Da kann ich als Beispiel nehmen. Wann bist du überhaupt hier richtig? Heute Morgen beim Sonntag-Live-Training. Sonntagmorgen um 9 Uhr. Wenn du spürst, dass da noch mehr ist in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, da fehlt noch etwas, da muss es doch noch mehr geben. Wenn du dich schon seit einer Weile oder auch neu fragst, warum bin ich überhaupt hier? Was entspricht meinem Seelenplan, um dem Kind einen Namen zu geben? Oder was entspricht denn überhaupt des Sinn meines Lebens? Und auch wenn du schon viel unternommen hast, aber dir immer noch Antworten darauf fehlen. Mit anderen Worten, wenn dir die Klarheit fehlt, was der Sinn deines Lebens ist und was wirklich deinem Seelenplan entspricht. und du letztlich auch dem Ruf deiner Seele dahingehend künftig folgen möchtest, dass du auch deinen Seelenberuf daraus kreierst, weil das sind elementar wichtige Dinge, die ineinander greifen. Und du bist ja auch richtig, wenn du künftig aufhören möchtest, dich zu quälen. Wie war das bei mir früher? Ich habe mich immer so viel am Platz gefühlt, vor allem am Arbeitsplatz. Ich hatte immer das Gefühl, ich funktioniere nur, während das Leben an mir vorbeizieht. Es war auch alles oftmals so schwer, hat sich so schwer angefühlt. Also, wenn du künftig viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit wieder haben möchtest in deinem Leben. Und gerade in der jetzigen Situation ist das so hilfreich, wenn du dir deine Welt so, ich sage da immer gerne Pippi-Langstrumpf-Mentalität dazu. Ich habe mir so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität erhalten. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und das geht insbesondere auch in der jetzigen Situation. Und das geht insbesondere, oder ist insbesondere, würde ich mal sagen, jetzt noch viel, viel hilfreicher in dieser besonderen Zeitqualität, die wir gerade haben, als je zuvor. Als je zuvor, ja. Du bist ja auch richtig, wenn du wirklich auch finanziell frei leben möchtest. Heute geht es ja um das Liebe-Thema Geld. Und wir haben zu nichts und niemandem so ein unheilsames Verhältnis wie zu dem lieben Thema Geld. Mir ist gestern noch mal so eine Situation eingefallen, das hatte ich gestern Abend beim Abendessen noch erzählt, weil, ja, ich habe eben schon gesagt, dass unser Sohn gerade da ist mit seiner Freundin. Und Geld war irgendwie gestern Abend mal kurz so ein Thema. Ich komme aus einer Ecke, also aus einer Ecke meine ich in meinem Leben, bis zum gewissen Zeitpunkt, ich hatte nie Geld zur Verfügung. Ich hatte zwar einen Job, eine Stelle, eine Stelle im öffentlichen Deal, wo ich 30 Jahre war, wo ich relativ von der Einstufung her, da wird man ja nach BAT eingestuft, eine hohe Einstufung hatte. Relativ. Das ist immer alles relativ. Also ich habe mir die Geschichte erzählt. Ich verdiene gutes Geld. Und ja, ich war rein von der Einstellung her schon in einer höheren Variante. Aber spätestens so Mitte des Monats, oftmals auch im ersten Drittel schon, war das Geld einfach weg. Ich war nicht in der Lage, Geld in mein Leben zu ziehen, in dem Maß, dass ich mir hätte keine Gedanken mehr müssen über Geld machen. Und ich war nicht in der Lage, wenn dann mal ein größerer Betrag geflossen ist, warum auch immer, woher auch immer, er war wieder ganz schnell weg. Mit anderen Worten, ich hatte immer das Gefühl, das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Kommt dir das bekannt vor, dann schreib einfach mal ein Ja in den Chat, ins Kommentarfeld. Wenn du das kennst, dass du das Gefühl hast, überwiegend zu wenig Geld zu haben und das Geld zerrinnt dir zwischen den Fingern. Schreib da gerne mal ein Ja in den Kommentarfeld. Ja? So. Ich habe es ja eben schon erwähnt, für die Neuen, die jetzt ganz neu hier jetzt heute dabei sind, wir haben ja wieder wunderbare neue Mitglieder diese Woche hier in unsere Community bekommen. Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, war sehr stolz die ersten Jahre auf diese Stelle, habe mich aber zunehmend einfach da fehl am Platz gefühlt. Ich wollte mehr aus meinem Leben. Und genau das ist das, was ich eben sagen wollte noch, wo ich dann auch mal eine kleine Ausschweife gemacht habe. Das ist mir gestern Abend noch mal eingefallen. Unser Sohn, der muss da so im ersten Schuljahr gewesen sein, erste große Ferien. Und ich meine, diese Mangelprägungen, die wir in uns haben, wir können die von niemandem verbergen, vor allem nicht von unseren Kindern, auch wenn wir da nicht offen mit denen darüber sprechen. Kinder sind so sensibel und auch du als Erwachsene, sonst wärst du nicht hier in meinem Umfeld, in der Community, sonst hätte ich dich nicht in mein Universum hier gezogen. Du bist sicherlich sehr wahrnehmend, sehr feinfühlig. Vielleicht würdest du dich sogar als hochsensibel bezeichnen. Du hast sicherlich ganz, ganz viele Interessen und Talente und Fähigkeiten und weißt vielleicht aufgrund dessen gar nicht, wo anfangen, wo mal beginnen, mit deinem eigenen Ding zu machen, weil es in deinem Leben nicht das eine Ding gibt, wo du sagst, das ist es, mit dem starte ich durch. Und auch, weil man dir wahrscheinlich, wie mir auch, erzählt hat, damit kann man kein Geld verdienen, wenn du denn mal eine Idee hast. Lern doch was Anständiges, dann hast du was in der Hand und, und, und. oder mach ein Studium, damit du da wenigstens mal einen Abschluss hast, was in der Hand hast. Und unser Sohn, das muss um den ersten Ferientag gewesen sein damals, das ist ja schon viele Jahre jetzt her, sagte zu mir, als wir zum Einkaufen unterwegs waren, Mama, warum können wir nicht auch mal in Urlaub fahren? Alle fahren immer in Urlaub, also für so ein Kind, gefühlt alle, fahren immer in Urlaub. wir fahren immer nur ins Lebensmittelgeschäft. Das hat mir so einen Schlag versetzt. Vor dem Kind habe ich damals nicht weinen wollen, aber ich habe anschließend schon ein paar bittere Tränen geweint, weil ich da einfach gemerkt habe, was ich, und es geht nicht um das Urlaub fahren, in Urlaub fahren als solches, sondern es geht einfach darum, welche Mangelprägungen ich da weitergegeben habe, ob ich das wollte oder nicht und das hat mir einfach im Herzen wehgetan. Vielleicht kannst du das, wenn du Kinder hast und dich bis eben auch noch in diesem Mangeldenken wiederfindest, das Nachempfinden, was das mit einem macht, was das mit dir macht, wenn du siehst, egal in welchen Bereichen, wie deine Kinder dich nachahmen und zwar gerade in den Bereichen, wo du denkst, das wollte ich denen doch eigentlich mit auf den Weg geben. Das wollte ich denen so nicht mit auf den Weg geben. Und jetzt lass uns mal über diese fünf Schritte sprechen, das schauen wir uns jetzt mal gleich im Detail an. Schau mal, fangen wir mal damit an. Ich will mal ein bisschen weiter ausholen heute Morgen. Wir alle sind unendlich große Wesen in Wahrheit. Hast du bestimmt schon mal was von gehört? Es gibt eine große Energie, ein großes Energiefeld und jeder von uns ist ein Teil von diesem großen Energiefeld. Das heißt, alles ist Energie. Wir sehen mit unserem bloßen Auge nur verdichtete Energie, wenn du so willst, als Materie. Wenn wir rausschauen, wir sehen die Bäume, wir sehen die Natur, wir sehen Tiere, Pflanzen und auch unser Körper ist nichts anderes im Grunde genommen als verdichtete Energie, um es mal so auszudrücken. Das sind die Dinge, die wir mit dem bloßen Auge sehen und so ist alles miteinander verbunden. Was wir nicht mit dem bloßen Auge sehen, ist diese Verbindung. Du kannst dir das vorstellen, wie so ein großes, wenn man von oben herabschauen würde, wie so ein großes Lichternetz, wie so ein Netz, wie alles miteinander verbunden ist. Dennoch fühlen wir uns natürlich als Individuum und jeder lebt so in seiner eigenen Welt. Deshalb, ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Das geht. Alles andere, wenn der Kopf dann einsetzt, ja, aber oder erst wenn, dann, wie soll das jetzt funktionieren, das geht doch nicht, weil, das sind alles Geschichten, das sind alles Referenzpunkte, wo der Kopf, der Denker, der Verstand an Vergangenes anknüpft, was du jetzt vielleicht gerade in den Nachrichten gehört hast, was du in der Zeitung gelesen hast, was du in der Kinderstube mitbekommen hast und all die Dinge. Und deshalb auch gleich das Beispiel, dass ich jetzt nicht irgendwo aus einer Ecke komme, wo es immer Geld geregnet hat. Ich hatte nie Geld in meinem Leben, trotz gutem Verdienst. Ich war immer dabei, dem Geld hinterher zu rennen. Zum großen Teil habe ich mich tagsüber mit meinen Gedanken damit beschäftigt und das war belastend. Das hat sich enorm auch auf meinen Energielevel ausgewirkt. Das hat auch unter anderem in Richtung Depression und Burnout, dann gab es mal Kopfschmerzen, dann gab es mal Rückenschmerzen, dann gab es mal Maltenschmerzen. Also unterschiedliche Disharmonien in Form von Krankheitsbildern hat mein Körper mir damit gezeigt. Nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, weil ich einfach auch einem Bürojob nachgegangen bin, wo ich mir erzählt habe, ich bin stolz auf diese Stelle, aber es war nicht mein Ding. Ich wäre freiwillig nicht da hingegangen. Jetzt mal zu dir. Ich möchte dich jetzt nicht dazu animieren, wenn du einen Job hast, den hinzuwerfen. Aber frag dich doch mal, ganz ehrlich, wenn am Monatsende kein Geld auf dein Konto kommen würde, würdest du dann weiter dahin gehen und genau das machen, was du bis eben noch machst? Also ich wäre da freiwillig nicht hingegangen, sondern einfach nur, weil am Monatsende Summe X auf dem Konto erschienen ist, ganz ehrlich. Und das herein zu erkennen, das Erkennen ist immer so der erste Schritt, dein Leben in eine andere Richtung zu lenken. Jetzt gibt es gerade zur Zeit viele, viele Glaubenssätze in der jetzigen Zeitqualität. Beispiel, die Wirtschaftslage ist so schlecht, man bekommt keine feste Anstellung. Das würde ja bedeuten, dass absolut niemand zur Zeit eine feste Anstellung bekommt. Das ist nicht so. Das würde auch bedeuten, wenn die Wirtschaftslage da draußen wirklich so schlecht wäre, dass jedes Unternehmen ein Minus machen würde. Das ist auch nicht so. Es gibt viele, viele, viele Unternehmen, der Rahmen sprengt es jetzt hier, würde es sprengen, wir da Beispiele zu nennen. Ich gebe es dir nur mal so mit auf den Weg. Es gibt viele, viele Unternehmen, die haben im letzten Jahr und in den letzten Monaten eine solche Umsatzsteigerung wie noch nie gehabt. Die Frage ist immer, wie will ich selbst es haben? Ein Beispiel vielleicht dazu, wo wir vorher hier gewohnt haben. Dieser Makler, den hatte ich getroffen, Anfang des Jahres, als wir auf der Suche nach einem neuen Haus hier waren und umziehen wollten. Und er erzählte mir, die Situation hier auf Zypern ist gerade schlecht. Er hat wenig zu tun. Er hat kaum Häuser und Wohnungen zu vermitteln und mit anderen Worten leerer Terminkalender. Da er aber nicht so das zur Verfügung hatte, was wir uns vorgestellt hatten, sind wir dann auf eine andere Maklerin gestoßen und mit der hatte ich mich auch unterhalten. Und die sagte zu mir, es gibt nie mehr Menschen wie je zuvor, die auswandern wollen nach Zypern. Mein Terminkalender ist so proppenvoll, weil die Menschen es leid sind in Deutschland, Österreich, Schweiz aufgrund diesen Restriktionen. Ich weiß gar nicht, wann ich noch Termine machen soll. Die hat einen gefüllten Terminkalender. Gleiches Land, gleicher Beruf. Bei dem einen ist der Terminkalender leer, bei dem anderen ist der Terminkalender proppenvoll. Das mal zu deiner Rückenstärkung. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und zum Stichwort. dieses Ding mit den Ausreden, wo hat mir jemand geschrieben, ich weiß, das hört sich nach Ausreden an, aber es sind keine. Schau mal, die Dinge, die du eigentlich gerne hättest, die du es eigentlich gerne in deinem Leben haben möchtest, die du dir bis eben noch ausredest, mit Begründungen, weil Schorona, weil keine Ahnung, was auch immer, weil der Mann nicht mitzieht, weil gerade eine Trennung ansteht, weil die Kinder noch klein sind, weil die Kinder groß sind, weil die Oma keine Ahnung was, weil der Wellensittich regelmäßig Yoga-Stunden hat. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, nur mal, um dich bitte wachzurütteln. Das sind alles Ausreden im übertragenen Sinne. Du redest dir deine Träume aus und Liebes, was du dir ausreden kannst, das kannst du dir auch einreden. Wie wäre es, wenn du die Dinge, die du bis eben dir alle ausgeredet hast, mal jetzt wandelst und beginnst sie dir einzureden, das Gegenteil davon, so wie du es wirklich gerne hättest. Für das Universum unterscheidet nicht. Für das Universum ist es das Gleiche. Und im Hinblick auf, weil ich ja eben auch gesagt habe, die Kombination deiner eigenen Mission, warum du wirklich hier bist, also deiner Lebensaufgabe und deinem Seelenplan und dann noch on top obendrauf, dem Ruf der Seele auch zu folgen, dass du daraus auch deinen Seelenberuf kreierst. Das ist das, was wir eigentlich unter Beruf verstehen könnten. Wir haben hier nur ein anderes Verständnis dazu übergestört bekommen. Sucht er irgendwo einen Job, bei mir war es öffentlicher Dienst, dann bist du sicher, dann kann dir nichts passieren. Bist du zur Rente absolut versorgt, auch in der Rente bist du absolut versorgt. Das haben wir gelernt. Und dann sind wir auch noch, wie ich früher auch, total stolz auf so eine Stelle, wo ich nach den Fahnen, nach den Nasen, in Anführungsstrichen, von anderen Menschen tanze. Die schreiben mir vor, wie viel Geld auf mein Konto kommt, die schreiben mir vor, wie viel Urlaub ich machen darf, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich frei haben darf und, 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 und. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Da ist im Grunde genommen auch nichts falsch dran. Ich will dir nur mal die Augen öffnen, dass du dir mal erlaubst, dir die Frage zu stellen, wie will ich selbst es wirklich haben? Weil ich wollte das nicht mehr. Ich wollte frei bestimmen. Ich wollte über mein Einkommen selbst bestimmen. Ich wollte selbst bestimmen, wann ich mich wo aufhalte. Ich wollte selbst bestimmen, wie viel Einkommen auf mein Konto fließt. und ich wollte auch selbst bestimmen, wann ich arbeite. Wenn mir sonntags nach Arbeit zumute ist, dann arbeite ich sonntags. Und wenn ich montags arbeiten will, dann arbeite ich montags. Wobei, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, sprich auch deinen Seelenberuf, daraus kreierst, das ist das, was wir Selbstverwirklichung nennen, im Sinne von ich wirke, dann hast du nie wieder das Gefühl, überhaupt zu arbeiten. Dann wirkst du, dann bringst du deine eigene Botschaft daraus in die Welt. Und meine Botschaft ist, bis 2030 eine Million Frauen wach zu rütteln, was alles viel mehr möglich in ihrem Leben ist, als dass sie es eben noch für möglich halten. Und was hat das für Auswirkungen auf die ganze Welt? Stellen wir uns mal vor, wenn jeden Tag immer mehr Menschen wach werden und sich ihrer wahren Schöpferkraft bewusst sind, ihr Leben selbst in die Hand nehmen, was für eine Welt haben wir dann da draußen? Ja? So. Und dann im Hinblick auf die Wirtschaftslage gibt es ja natürlich auch viele im Moment, wo der Arbeitgeber gesagt hat, ich weiß zwar nicht, wie wir ohne sie auskommen sollen, aber ab nächstem ersten versuchen wir es mal, weil die Wirtschaftslage so schlecht ist und und und. es hat alles hier auf unserer Erde, in unserem Kosmos, in dem wir leben, alles greift ineinander. Gesetz der Anziehung, das sind Naturgesetze, von denen ich hier spreche, den können wir uns nicht entziehen. Diesen Naturgesetzen ist jeder von uns, unterlegen würde ich jetzt, ist so ein begrenzter Ausdruck, in diesen Naturgesetze ist jeder von uns eingebunden. Das wäre genau so, wie wenn ich das Gesetz der Schwerkraft, das ist auch jeder eingebunden, außer Kraft setzen würde. Und nach dem Gesetz der Anziehung, Gleiches zieht Gleiches immer an. Und diejenigen, die jetzt so in der Situation, in die Situation gekommen sind, den Arbeitsplatz verloren haben, offiziell durch die Begründung, dass da draußen, keine Ahnung, irgendwas herrscht, dann kann ich denken, okay, wie schlimm ist das alles? Ich armes Würstchen, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt bin ich von anderen abhängig und, und, und. Ich kann aber auch denken, weil ich selbst erschaffe mir meine Gedanken und meine Gefühle niemand anderes, auch du erschaffst ja deine Gedanken und deine Gefühle niemand anderes. Daraus entsteht die Lebenswirklichkeit im Außen. Ich kann aber auch denken, wow, was für eine Chance, liebes Universum. Ist jetzt eine Challenge, dass ich die Kündigung bekommen habe, aber welches Geschenk liegt dahinter? Wie kann ich jetzt durch dieses Geschenk meinem Herzen folgen? wie wäre es, wenn das Universum, wenn du dich auf dem Gedanken öffnest, dass das Leben, das Universum nie gegen dich arbeitet, sondern immer auf deiner Seite wohlwollend ist? Wie wäre es, wenn das ein Wink vom Universum wäre, dass du jetzt wirklich deinem Herzen folgst? Weil mal Hand aufs Herz, den Beruf, wenn du zu denjenigen gehörst, wo die Stelle gerade so ein bisschen am Wackeln ist oder du vielleicht auch zu denen gehörst, die die Stelle verloren haben, mal Hand aufs Herz, was ich eben gesagt habe, würdest du da hingehen, wenn du kein Geld bekommen würdest? Wenn kein energetischer Ausgleich kommen würde, würdest du dann weiter dorthin gehen? Bitte, ich will dich nicht dazu animieren, selbst zu kündigen, ohne da dir was nebenbei aufzubauen. Habe ich auch so gemacht. Ich will dir nur mal die Augen öffnen. Und das nächste Ding ist, dann begeben wir uns, und das ist auch wunderschön, in unserer Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, da gibt es so ein wunderbares soziales Netz, wo man aufgefangen wird, es muss niemand obdachlos sein, es muss niemand verhungern in dieser Region. Du bekommst von Ämtern dein Mobiliar, du bekommst dein Essen, erstmal übertragenen Sinne von der Tafel und was auch immer es da alles gibt und das dürfen wir auch dankbar annehmen. Nur letzten Endes den in die Falle, in die viele dann tappen, ja, da gibt es dann Regularien, da heißt es dann, du darfst jetzt, selbst wenn du dir noch einen Nebenjob suchst, darfst du nur so und so viel nebenbei verdienen oder darfst gar nichts nebenbei verdienen. Schau mal, du bist ein unendlich großes, mächtiges, energetisches Wesen. Wie kommen wir auf die Idee einer Instanz, egal wie die sich nennt, die Macht über uns zu geben, dass die mir dann sagt, du darfst jetzt kein Geld nebenbei verdienen, du darfst jetzt nicht frei leben, du darfst dir jetzt nichts mehr erlauben. Finde den Fehler, du bist die Schöpferin, der Schöpfer deiner eigenen Lebenswirklichkeit und das, was du ans Universum aussendest, was du da bestellst, das Universum liefert immer Gleiches zieht Gleiches an und die Dinge, die du unbewusst auch ans Universum sendest, weil du dich, ich kenne das alles nur zu gut aus meinem früheren Leben, weil du dich unbewusst tagsüber, sei ehrlich zu dir, überwiegend mit Mangelgedanken beschäftigst, weil du unbewusst dein Gehirn immer mit vielen Mangel beschäftigst, reinlässt, durch Nachrichten, durch Medien, durch Gespräche im Umfeld, durch Gespräche in der Familie, das geht ja alles hier ins Hirn rein, das ist so, wie wenn du ein Glas, Glas mit Quellwasser hast und kippst da irgendeine schwarze Zuckerkulör Limonade rein, dann kann das Quellwasser nicht reinbleiben und so ist das auch mit dem Gehirn, bitte fühl dich eingeladen, mal darauf zu achten, was du ab jetzt hier reinlässt und beginne mal bitte deine eigenen Gedanken zu denken, das ist mit eine Challenge, wenn man natürlich so wahrnehmend und feinfühlig und hochsensibel ist, dann nimmt man diese ganzen Gedankenenergie, was da draußen rumschwirrt, umso mehr auf und Achtung, hält sogar diese Gedanken noch für wahr und auch für die eigenen Gedanken und empfindet das dann natürlich auch schon mal als schwere und als Belastung. Was wäre, wenn du damit nichts machen müsstest und jeden das denken lassen würdest, was andere denken und du jetzt beginnst, dir deine eigenen Gedanken zu machen. Wie willst du es haben? Und ich kenne auch so diese Geschichte aus meinem früheren Leben, ich würde so gern aus diesem Teufelskreis raus, aus meiner Hülle ausbrechen, wenn ich nur wüsste, wie, bitte lass doch mal ein Wunder geschehen. Lieber Gott, lass doch bitte mal ein Wunder geschehen. Schau mal, ich habe eben gesagt, das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite und das Universum schickt dir auch Botschaften. Du darfst sie nur erkennen, indem du präsent bist, im Hier und im Jetzt, aufhörst in der Vergangenheit zu leben, gedanklich und auch aufhörst hier um die Zukunft, über ungelegte Eier, wie ich das so schön sage, über Probleme, wo du glaubst, was ist, wenn, dann und und und, die noch gar nicht Lebenswirklichkeit sind, die noch gar nicht real sind. Dann nimmst du die Botschaften des Universums wahr, dann darfst du sie greifen. Beispiel dazu. gibt es so eine schöne Geschichte, den Ursprung, Quelleangabe kann ich dir leider nicht geben, aber ich finde diese Geschichte so, so genial. Da drohte ein Dorf zu überschwimmen und da ist das technische Hilfswerk, sind Männer durch das Dorf und haben die Anwohner dazu eingeladen, das Dorf zu verlassen, weil da in Kürze alles durchflutet würde. Alle haben das Dorf verlassen, bis auf einen Mann, der hatte Gottvertrauen, der sagt, nee, Gott wird das schon richten, Gott ist an meiner Seite, ich bleibe hier. So, dann kam die erste Flutwelle in dieses Dorf und der Mann musste sich schon mal vom Erdgeschoss in die erste Etage retten, weil das Erdgeschoss schon durchflutet war. Dann kam das THW mit dem Boot und hat ihn noch mal eingeladen, er sollte auch mitkommen, die Flut würde noch höher steigen, er hätte keine Überlebenschance da. Nee, 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 ich habe Gottvertrauen, ich habe Vertrauen in Gott, der wird mir schon Hilfe schicken, der wird schon alles richten, das wird schon alles klappen. Schlussendlich saß er auf dem Dach, dann hat das THW noch einen Hubschrauber geschickt, um ihn vom Dach zu retten. Nein, er bleibt da, er bleibt in seinem Dorf, Gott wird es schon richten, um es jetzt abzukürzen. Dann kam eine solch große Flutwelle und er ist in dieser Flutwelle ertrunken und da kommt er im Himmel an und sagt zum Gott, hey, ich habe so an dich geglaubt, warum hast du mich ertrinken lassen, warum musste ich ertrinken? Da sagte Gott zu dir, zu ihm, ich war bei dir, ich habe dir einige Male das THW geschickt, die dich retten sollten, aber du hast nicht gehandelt, du bist stur auf einem Platz sitzen geblieben. Und das ist das, was wir Menschen machen, das habe ich früher auch jahrelang gemacht, unbewusst. Deshalb, ich hoffe, ich kann dir die Augen jetzt heute Morgen hier mal öffnen. Das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite, schickt dir Botschaften, schickt dir Impulse, schickt dir Gedanken, schickt dir Ideen, aber wir greifen nicht danach, wir erkennen sie nicht, weil wir nicht präsent sind, im Hier und im Jetzt erleben. So, auf deinem Worksheet, da ist ein freies Blatt, da steht meine Antwort zur ersten Frage, das kannst du auch nachher für dich alleine, nimm dir da gerne Zeit dazu ausfüllen. Stell dir mal die Frage, wenn alles für mich möglich wäre, wie viel Geldenergie hätte ich dann gerne jeden Monat Achtung zur freien Verfügung? Wenn alles für mich möglich wäre, wie viel Geldenergie hätte ich dann jeden Monat gerne zur Verfügung? Und dann schreib einfach mal und bitte denk da auch mal groß den Betrag hin, wo du auch so ein bisschen Schnappatmung bekommst, weil was viel Geld ist und was wenig Geld ist, das spielt sich wiederum hier in unserem Kopf ab, zwischen unseren beiden süßen Ohren mit unserer Dualität, wir bewerten und beurteilen. Wir sagen, 100.000 Euro ist mehr als 10.000 Euro. Als Kind bist du gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, 100.000 Euro ist mehr als 10.000 Euro. 100.000 Euro war nur eine Eins mit mehr Nullen als 10.000. Nochmal, wir haben gelernt, alles zu bewerten und zu beurteilen. wenn wir als Kinder zu Hause gefragt haben, bevor wir in die Schule kamen, Mama, wie schreibt man 100.000? Hat die Mama uns gesagt, eine Eins und fünf Nullen dran. Okay, 100.000, haben wir einfach so gesehen. Wie schreibt man 10.000? Hat die Mama gesagt, eine Eins mit vier Nullen dran. Wir haben das nicht bewertet und beurteilt. Das ist alles über uns gelegt worden, dieses Bewerten und Beurteilen. Und deshalb die Einladung, es ist alles für dich möglich. Nur dieser Satz, der hilft dir jetzt erstmal so ein bisschen aus so einer Box rauszudenken, wenn wirklich alles für mich möglich wäre, dann hätte ich gerne jeden Monat die und die Summe zur freien Verfügung. Zur freien Verfügung, das heißt abzüglich aller Kosten, Haus, Lebenshaltungskosten und 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 bitte denkt da mal groß. Schau mal, Beispiel von unserem Sohn jetzt. Er hat sich jetzt kurzerhand entschlossen, doch mal noch länger hier zu bleiben, fliegt aber jetzt heute erstmal mit seiner Freundin zurück, um am Freitag dann wieder hierher zu fliegen. Jetzt kann man sagen, von der üblichen Denke her, das lohnt ja gar nicht, sich zweimal innerhalb so kurzer Zeit in den Flieger zu setzen und von A nach B zu fliegen. Das ist ja ein Unding. Sei es von unserem begrenzten Denken her, sei es aber auch von den Kosten her. Aber was wäre, wenn es ohne Bewertung und Beurteilung ginge, so genau wie du mit deinem Auto von A nach B fährst, von München nach Stuttgart oder keine Ahnung von einer Ortschaft in die nächste. Das sind alles nur unsere Bewertung und Beurteilung. Und stell dir mal vor, wenn du Kinder hast und es geht nicht darum, alles zu erlauben, im Hinblick auf Verwöhnen die Kinder und 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 nur, wenn du dir einfach auf die Art und Weise kein Gedanken über Geld machen müsstest, wenn das so ist, dann hol mal halt noch eine Fahrkarte oder hol mal noch ein Ticket und dann ja deshalb wie willst du es haben, wenn alles für dich möglich wäre, wie viel Geld hättest du gerne jeden Monat frei zur Verfügung? Beantworte dir die Frage mal. Damit beginnst du im allerersten Schritt mal in eine andere Richtung zu denken und hörst auf, wie wir es ja gewohnt sind, Monatsanfang oder Monatsmitte, je nachdem, kommt einmal Geld aufs Konto und dann musst du einfach gucken, wie du den ganzen Monat mit diesem Geld auf dem Konto über die Runden kommst und dann haben wir noch eine interessante Prägung, jedes Mal, wenn ich eine Rechnung begleiche, ist am nächsten Tag weniger Geld auf dem Konto. Das Universum sagt, okay, dein Wunsch ist mehr Befehl. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen spooky, wenn du aber denkst, wenn ich heute 1.000 Euro überweise, dann sind morgen oder fließen nochmal 1.000 das kannst du auch mit 100 Euro machen, ist egal mit welchem Betrag. Diese mentale Ausrichtung funktioniert genauso. Wenn du dir einredest, jedes Mal, wenn ich Geld vom Konto überweise, ist weniger drauf, kannst du dir auch einreden, jedes Mal, wenn ich einen Betrag überweise, ist anschließend wieder mehr Geld auf dem Konto. Das funktioniert nicht von Anfang an, weil dein System da ein bisschen rebelliert, weil dein unbewusst ist, sagst, die sollten das gehen, das funktioniert nicht, wo sollte das Geld herkommen und 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 das ist die Magie dahinter, die funktioniert, da könnte ich dir jetzt tausend Beispiele die nächste Stunde nennen. Nimm es einfach mal so mit, einfach pragmatisch unter dem Aspekt, was du dir ausredest, kannst du dir auch einreden. Macht das Sinn? Bitte schreib mir mal ein Ja ins Kommentarfeld. Hallo liebe Netti, guten Morgen, liebe Hilde, guten Morgen, Melanie, guten Morgen, Julia, Buenos Dias, schön, dass ihr da seid. Okay, so, neue Ansichten zu Geld findest du auch in deinem Worksheet. Wie wäre es, wenn Geld nichts anderes wäre als bedrucktes Papier? Wie wäre es, wenn Geld nichts anderes wäre als bedrucktes Papier? Ist es doch letztlich auch. Ja, wir drucken es nicht zu Hause, sollten wir auch nicht. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Aber letzten Endes, ganz pragmatisch gesagt, wer bedruckt denn Geld? Wer bedruckt denn Geldscheine? Wer bedruckt denn dieses Papier? Wir Menschen doch. Also, Geld ist bedrucktes Papier. Und wie wäre es, wenn wir Geldscheine mal umwandeln? Unser Sohn war noch mal ein Beispiel. Da war der auch so in der ersten Klasse etwa und kam ganz stolz zu mir mit ein paar Geldscheinen in der Hand und sagte zu mir, schau mal, wie viel Scheingeld ich habe. Ja, wir messen einem 100-Euro-Schein mehr Bedeutung zu als einem 50-Euro-Schein. Ja, wir können für einen 100-Euro-Schein vom Materiellen her etwas anderes eintauschen oder mehr eintauschen wie für 50 Euro, aber letzten Endes ist es bedrucktes Papier. Und wie wäre es, wenn wir jetzt diese Geldscheine mal umtaufen in Freudescheine oder Spaßscheine? Schau mal künftig in dein Portemonnaie und schau mal, wie viel Freudescheine du da drin hast, wie viel Spaßscheine du da drin hast. Und wie wäre es, wenn Geld einfach Handlungsspielraum bedeuten würde? Freude Spielraum, Spaß Spielraum. Merkst du den Unterschied, wenn du das allein schon mal beginnst jetzt zu denken, Geldscheine gleich Freudescheine gleich Spaß Scheine, Geld gleich Handlungsspielraum, Freude Spielraum, Spaß Spielraum. Schau mal, wie gut es ist, dass wir Geld haben. Wenn ich mich jetzt mit der Lufthansa müsste unterhalten, was ich denen da anbiete, an Mentaltraining, wer von denen in mein Mentoring in die Akademie kommt, was für ein Aufwand. Ich gucke, was kostet der Flug von A nach B, buchen, zack, Ticket, Tausch, Ding erledigt. Wie schön es ist, dass wir Geld, Energie in der Richtung haben. Bitte, ich leite dich dazu ein, hör auf, dass du als negativ anzusehen, öffne dich dem Gedanken, dass alles auch für dich möglich ist, dass Geldscheine, Freudescheine sind, Handlungsspielraum, Spaß, Scheine. Denn solange du das im wahrsten Sinne des Wortes verteufelst, das haben wir alle gelernt, ich ja früher auch, welchen Grund soll Geld haben, Gesetz der Anziehung zu dir zu kommen, wenn du es nicht liebst, wenn du es verteufelst, wenn du vielleicht auch so Glaubenssätze hast, muss es denn immer alles sich um Geld drehen. Du kommst ja auch nicht auf die Idee, muss ich denn immer alles um Wasser drehen. Wasser ist nichts anderes, ist eine andere Form von Energie, wo wir aber keine Prägungen zu haben. Die Frage ist immer, wie viel erlaubst du dir zu empfangen. Und da ist auch die zweite Frage, was bedeutet es für dich, ein glückliches und freies Leben zu führen? Bitte werde dir darüber mal bewusst und erlaube dir auch mal groß zu träumen, groß zu denken. Was bedeutet es für dich, ein wirklich glückliches und freies Leben zu führen? Als ich mir diese Frage beantwortet hatte, da war mir klar, ich wollte mich in erster Linie in Regionen aufhalten, wo es warm ist, wo viel die Sonne scheint, unter anderem auch aus gesundheitlichen Aspekten im Hinblick auf den Vitamin D-Haushalt, warum das so ist, was es mit dem Vitamin D auf sich hat. Vielleicht weißt du es, wenn es dich interessiert, dann Google, wird jetzt hier wiederum den Rahmen sprengen, darauf einzugehen. Und ich wollte auch das für die ganze Familie so haben, nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Familie, für meinen Mann, für die Kinder, für uns alle einfach frei leben und frei entscheiden. Also, beantworte dir die Frage, was bedeutet es für dich, ein wirklich glückliches und freies Leben zu führen? Und dann geh im nächsten Schritt mal bitte hin, das findest du auch in deinem Worksheet kannst du ausfüllen. So blicke ich idealerweise am 31.12. auf dieses Jahr zurück. Ich nehme da immer gerne insgesamt fünf Bereiche, gesundheitlich, beruflich, privat, familiär und im Hinblick auch deine Beziehung. Wie willst du es haben? Du selbst bist die Schöpferin und die Erschafferin deiner Lebenswirklichkeit. Niemand anderes. und wie sehr hast du bis eben noch anderen Instanzen die Macht über dich gegeben? Das heißt nicht, dass du gegen Regeln verstoßen sollst, dass du Gesetze brechen sollst und und und. Stell Fragen, was ist sonst noch möglich? Wie kann es jetzt möglich sein? Schau mal, wenn du Kinder hast, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, weil wenn man dann so im Geldmangel drin ist und gerade so guckt, wie man irgendwie über die Runden kommt und das Konto trotzdem immer überzogen ist, dann reden wir uns ein, das funktioniert jetzt nicht, weil bitte lass doch mal ein Wunder geschehen und ja, ich kenne das alles aus meinem früheren Leben. Und dann, wie oft hatte ich die Chance vom Universum bekommen, in ein Mentoring, in ein Coaching einzusteigen, bei Menschen, die damals dort waren, wo ich hin wollte, aber ich habe mir die Geschichte erzählt, ich habe kein Geld, ich kriege auch keinen Kredit, geht jetzt nicht, weil und 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 so lange bin ich auch auf der Stelle getreten. Ab dem Zeitpunkt, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes metaphorisch auf den Tisch gehauen habe, gesagt habe, so jetzt ist Schluss, jetzt will ich da raus. Damals aus dieser Situation, die ich dir eingangs erzählt habe mit unserem Sohn. Ich bin zur Bank, rein von meinem Einkommen, weil ich war damals noch im Mutterschutz, rein von meinem Einkommen her hätte ich keinen Kredit bekommen können, aber ich bin in diese Bank reingestürmt, energetisch übertragen, gesehen, als wenn mein Leben, und das hing letzten Endes ein Stück weit auch davon ab, oder dass eines meiner Kinder davon abhängen würde und habe den Mitarbeiter so in meinem Energiefeld drin gehabt, dass ich dieses Coaching jetzt brauche, um da, der hat ja meinen Kontostand chronisch minus gesehen, nur so komme ich da raus, ich habe den Sohn in mein Energiefeld reingeholt, dass er wortwörtlich zu mir gesagt hat, Frau Bronder, ich weiß zwar nicht, wie wir den Kredit genehmigen, wie ich den genehmigen kriege, ich habe da nicht die alleinige Entscheidung drüber, da gibt es Vorstand und Abteilungen oder so, die darüber entscheiden, rein von Zahlen, Daten, Fakten geht es nicht, aber schauen wir mal, und ich habe den Kredit bekommen, weil ich es wollte, ich habe mich so verhalten, ich habe mir einfach vorgestellt, wenn eines der Kinder in Lebensgefahr wäre, keine Ahnung warum, was, dann würde ich ja auch nicht sagen, mir aus einreden, ich habe jetzt kein Geld, um das Kind meines Lebens zu retten, um das Leben meines Kindes zu retten, ich würde doch Gott und die Welt in Bewegung setzen, dass ich Summe X bekommen würde, und genau so habe ich mich damals verhalten, so, deshalb die Frage, wie willst du es haben, wie möchtest du idealerweise am 31.12. dieses Jahres auf das Jahr zurückblicken, im gesundheitlichen Bereich, im beruflichen Bereich, privat, familiär und in der Beziehung, warum diese fünf Bereiche, das greift immer alles ineinander, wenn du nicht dem Hof deiner Seele folgst, macht sich das automatisch auf deinem Privatleben bemerkbar, in Form von Streitereien, wie oft streiten sich Paare, wie oft wird in der Familie wegen Geld gestritten, es macht sich auf den gesundheitlichen Bereich bemerkbar, weil dein Energielevel immer weiter sinkt, weil du dich tagsüber überwiegend mit Dingen beschäftigst, sei es gedanklich oder auch, weil du einem Beruf nachgehst, der dich nicht wirklich erfüllt oder beides ineinander greift und so macht sich das unausweichlich auf alle Bereiche deines Lebens auch bemerkbar. Deshalb werde dir klar darüber, wie willst du es wirklich haben und wie erschaffst du dir tatsächlich deine Welt. Erst ist der Gedanke da, daraus erfolgen entsprechende Gefühle, daraus erfolgen entsprechende Handlungen. Das heißt, Grundsatz für dich, den ich hier gern mit auf den Weg gebe, ab sofort gilt, jedes Mal, wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, das kann ich mir nicht leisten, wandle ich diesen Gedanken um, weil ich damit mein inneres Navi so ganz nebenbei auf Erfolg programmiere. Nochmal zum Mitschreiben, ab sofort gilt, jedes Mal, wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, das kann ich mir nicht leisten, wandle ich diesen Gedanken um, weil ich damit mein inneres Navi so ganz nebenbei auf Erfolg programmiere. Deine Gedanken sind nicht nichts, das ist eine Form von Energie, die du ans Universumsfeld aussendest. Die Universumskellnerin, wie ich sie gerne nenne, um dir da mal ein metaphorisches Bild mit auf den Weg zu geben, geht be- und verurteilt nicht. Wenn du dich überwiegend mit mangelhaften Gedanken beschäftigst oder mit Gedanken von Wut, von Hass, Zorn, depressive Gedanken, du fühlst dich depressiv, du fühlst dich im Burnout und und und, das Universum sagt, okay, davon hätte sie Anteil gern mehr, schicken wir ihr mehr davon. Das, was du aussendest, wie innen, so außen, steht schon in der Bibel geschrieben, auch wenn ich keiner Religionsgemeinschaft mehr angehöre, wie innen, so außen, das, was du aussendest, das ziehst du automatisch an. Das dockt an, diese Energien docken an. Und wenn du jetzt aufhörst, dir Dinge auszureden und stattdessen dir Dinge einredest, dann sendest du das ans Universumfeld aus und das sind dann die Wunder, die geschehen, wundersame Dinge geschehen, denn es ist im Volina Selmfeld für dich vorbereitet. Du hast nur bis eben noch nicht die entsprechende Entscheidung getroffen, stabil in diese andere Richtung zu denken. Und eine andere Frage, schau mal, bei allem, vielleicht noch eine kleine Übung, wenn du ab jetzt auf die Straße gehst, siehst irgendwo ein schickes Auto oder ein schickes Haus oder gehst durch die Einkaufspassagen, ich weiß ja gerade nicht, ob Deutschland, Österreich, Schweiz, ob da Geschäfte auf sind oder was, aber Schaufensterauslagen, die gibt es ja und wie oft sehen wir irgendwo ein schickes Kleid, ist das schön, wow, ist das schön, ist das toll. Der Körper kann sich schon richtig gut vorstellen, dieses Kleid zu tragen. Was passiert? Wir schauen aufs Preisschild, so schön ist es doch nicht und schon reden das uns aus und der Körper hat sich schon da drin gesehen, du hast dich schon wohlgefühlt in diesem tollen Teil. Bitte, auch da, damit fängt es auch schon an und da geht es jetzt nicht darum, dass du dir Kleider kaufen musst für 2000 Euro, aber hör auf, dir das auszureden, sondern okay, das kann ich mir leisten. Beginne das zu denken, das kann ich mir leisten. Vielleicht jetzt noch nicht in diesem Moment, aber in naher Zukunft, ich kann mir das jetzt leisten. Ja? Die Umkehrfrage ist auch, das Leben, das du bis eben führst, ist auch eine Frage, die ich mir früher mal gestellt habe, mit Mangel, mit Unzufriedenheit, mit Depression, mit Burnout, mit Kopfschmerzen, mit Rückenschmerzen, mit Diskussionen in der Familie, mit Streiterbeien, auch mal mit dem Partner, mit sich so den Kindern gegenüber zu verhalten, wie man es eigentlich gar nicht will. Wo man anschließend denkt, ah, das tut mir ja so leid, dass ich mich jetzt zu verhalten habe und, und, und. Ich habe mir mal gefragt, wie lange will ich es mir noch leisten, so zu leben? Wie lange will ich es mir noch leisten, so zu leben? Wie lange kann ich es mir noch leisten, so zu leben? Da kam eine klare Botschaft. Ich weiß nicht, wo sie herkam. Sie kam irgendwo aus mir heraus. Wenn du so weitermachst wie bisher, wenn du so weiterkrebst wie bisher, im wahrsten Sinne des Wortes, wir können unserer deutschen Sprache so viel entnehmen, dann kommt irgendwann auch noch der Krebs. Und auf diese Diagnose hatte ich keine Lust, muss ich dir ehrlich sagen. Da habe ich den Motor angeworfen und es ging in eine andere Richtung. Da habe ich die Dinge, die Dinge, die ich dir jetzt weitergebe, die hörst du wahrscheinlich nicht zum allerersten Mal. Vielleicht hast du sie von mir schon gefühlt hundertmal gehört, vielleicht hast du sie von anderen schon gefühlt tausendmal gehört, auf solche Art und Weise, auf ähnliche Art und Weise. Das Ding ist, du darfst eine Entscheidung treffen, jetzt geht es in die Richtung weiter. Du darfst eine neue Wahl treffen, jetzt geht es in die Richtung weiter. Nicht mehr in die hier, holprig und, und, und. Und weißt du, das Ding dabei ist, das fühlt sich unangenehm an, weil du damit deine Komfortzone verlässt. Das ist auch gerade so in spirituell-esoterischen Kreisen sowas. Wenn es dann leicht kommt, wenn es dann für mich sein soll, dann kommt es irgendwann zu mir. Ich habe Gottvertrauen. Denk an den Mann, der im überfluteten Dorf gehockt hat. Ich habe Gottvertrauen. Gott wird es schon richten. Wir sind im goldenen Zeitalter, aber wir sind dennoch immer noch in einem Tuniversum. Wir dürfen was dafür tun. Und wenn du dich in ein anderes Geldbewusstsein hinein begibst, dann verlässt du deine Komfortzone. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel, ich kennste auch, Äußerung reicht und beginnt immer im Inneren, sogenannte Lottomillionäre. Das ist erwiesen. Die haben viele Jahre später zum großen Teil 90 Prozent oder so noch weniger Geld, als sie vorher hatten. Weil sie einfach nicht in dieser Energie, dieser Geldenergie, geschwungen haben. Deshalb hat das System rebelliert und hat geschaut. und wie es ganz schnell wieder weggeflossen ist, das Geld. Das kennst du. Das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. War bei mir früher auch so. Ich bin nicht in der Lage, Geld bei mir zu halten. Ja? Also, wie willst du es haben? Frag dich mal, will ich mir es leisten, weiter so zu machen, wie bisher? Dann schau mal, was währenddessen passiert ist, dass dein Leben an dir vorbeizieht. Und dieses Leben ist keine Generalprobe. Das ist ja jetzt real im jetzigen Körper. Ja, es gibt noch Leben danach. Die nehmen wir ja auch gerne. Nur, jetzt ist ja erst mal die Realität. Das ist ja jetzt meine Lebenswirklichkeit. Wie willst du es haben? Willst du dein Navi weiter wie so ein Schiff auf dem Meer rum oder auf dem See rumfahren lassen? Mal da gucken, mal da die Inspiration und mal da. Oder willst du jetzt einen klaren Fahrplan von A nach B hier am rettenden Ufer ankommen? Wann willst du das sein? Es ist eine Entscheidung. Und ja, da ist es natürlich am hilfreichsten, dich in die Energie von Menschen zu begeben, die dort sind, wo du gerne hin möchtest. Beispiel auch dazu, wenn du zum Beispiel brauchst oder stell dir einfach jemand vor, der raucht, das ganze Umfeld raucht und derjenige oder diejenige will jetzt aufhören zu rauchen. Wann fällt es demjenigen leichter aufzuhören zu rauchen, wenn er weiter in diesem Feld von vielen Rauchern drin bleibt oder wenn er sich in ein Feld von Menschen begibt, wo niemand raucht? Das ist das Geheimnis, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dort ist, wo du hin willst. Nicht nur, dass er dir den Weg zeigen kann, sondern dass er dich auch immer wieder darauf aufmerksam macht und an die Hand nimmt und war das für mich eine schöne Situation, bin ich voller Freude in die Bank rein, Yay, ich hole jetzt mir den Mitarbeiter von der Bank in mein Energiefeld rein. Nee, das war sowas von unangenehm und beinlich und ein Hoch und runter an Gefühlswelt. Aber ich habe mich gefragt, was ist jetzt sonst noch möglich? Wie kann es möglich sein, dass ich da rauskomme, dass ich mir zum Beispiel damals in meiner Situation einen Mentor an meiner Seite hole, dass ich lerne, wie das funktioniert, mich wirklich auf den Weg meines Herzens, meiner Seele, dem Ruf meiner Seele auch wirklich zu folgen, dass ich mal eine genaue, auf mich abgestimmte Strategie geben lasse. Das ist ja genau das, was ich in der Akademie den Teilnehmern weitergebe, im Mentoring-Programm. Erster Schritt, Lebensaufgabe entdecken, Mission, Seelenplan und daraus dann den Seelenberuf kreieren und damit betritt man Neuland und da hat der Kopf keine Referenzpunkte. Das ist das, was sich dann zunächst mal so ein bisschen ungewohnt anfühlt. Nur da gilt es, durchzugehen. Wir haben immer nur Angst vor der Angst, aber nicht, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, weil dann ist das Universum in Bewegung. Das universelle Feld hat alles für dich vorbereitet. Nur solange du, denk an die Geschichte, das THB immer wieder wegschickst, ändert sich nichts. So, das heißt, wie erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit in allen Bereichen und hier insbesondere auch im Hinblick auf die Geldenergie? An erster Stelle ist immer der Gedanke, beginne stabil, bewusst, unterbewusst und unbewusst Gedanken der Fülle zu denken. Daraus kommt Schritt 2. Daraus wirst du andere Gefühle entwickeln. Weil das Gefühl mit dem Gedanken ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Du kannst dir das vorstellen, ein Gedanke ist wie so eine leere Blase, die im universellen Feld rumschwirrt. sobald du das Gefühl noch hinzugibst, dann ist diese Blase gefüllt mit Energie und dann kann Gleiches Gleiches anziehen. Also Beispiel, ich unterscheide immer gerne zwischen bewusst, unterbewusst und unbewusst. Diese drei Etagen. Wenn du dich viel damit beschäftigt hast, mit dem Gedanken, ich habe kein Geld, wandle diesen Gedanken. Ich habe Geld. Ich habe immer das Geld zur Verfügung, das ich wirklich brauche. Es ist eine Challenge, wenn man gerade so im Mangel ist. Ich weiß es. Ich weiß aus eigener Erfahrung. Daraus resultiert dann das Gefühl, ich fühle mich arm. Ich fühle mich reich. Fühl, wie es ist, wenn du, keine Ahnung, 100.000 Euro auf deinem Bankkonto hast oder 10.000. Nimm die Zahl, die sich so kribbelig anfühlt, die aber auch nicht so überdimensional hoch ist. Und dann beginne, an dich zu glauben. Das ist der dritte Schritt. Hör auf zu erwarten, dass andere, sei es dein Umfeld oder auch das universelle Feld, an dich glaubt, wenn du nicht selbst wunderschütterlich beginnst, an dich zu glauben. Und daraus, aus den neuen Gedanken, aus den neuen Gefühlen, aus dem neuen Glauben entstehen andere Handlungen. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Das ist altes Wissen. Das ist auch eines der Naturgesetze. Nach deinem Glauben wird dir immer geschehen. Mit anderen Worten, die Situation, die du jetzt bis eben gerade hast, die hast du dir auf diese Art und Weise erschaffen. Mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Glauben und mit deinen Handlungen. Das Gute daran ist, wenn du das mal verinnerlichst hast, du brauchst das jetzt einfach nur so switchen. Stabil, anders zu denken, stabil, anders zu fühlen, stabil, anders zu glauben. Daraus resultiert, stabil, andere Handlungen und daraus, fünfter Schritt, andere Resultate, andere Lebenssituationen, andere Lebenswirklichkeit. Hier bezogen aufs Geld, das ist aber in allen Bereichen so. Gedanke, Gefühl, Glaube, Handlungen, Resultate. Das sind die fünf Schritte. Okay? Ihr Lieben. So. Nur mit diesem Selbstbild, mit diesem neuen Selbstbild, mit diesem neuen Bewusstseinszustand verursachst du das, was du wirklich in deinem Leben haben möchtest. Nur damit verursachst du das, was du wirklich in deinem Leben haben möchtest, weil bis eben hast du es auf eine unbewusste Weise gemacht. Und jetzt darfst du beginnen, auf eine bewusste Weise das zu machen. Und die wahre Kraft liegt aber in dem Glauben an dich selbst. Da findet bereits die Verwirklichung statt. Ich bin, was ich glaube. Ich bin, was ich glaube. Okay? Wenn du jetzt endlich aufhören willst, von diesem wunderschönen, befreiten Leben zu träumen und Klarheit haben möchtest, wie du tatsächlich jetzt stabil in eine andere Richtung umsetzen kommst. Ich hätte ja eben gesagt, wir leben nun mal in einem Universum, in einem Turniversum. Es gibt auch was zu tun. Nur der Rocken, Omsingen, den Zauberstab habe ich noch nicht gefunden. Wenn ich ihn finde, ich lasse es mir patentieren und gucke es weiter. Also es gibt immer noch, die Handlung gehört immer noch dazu. Wenn du da jetzt wirklich was ändern möchtest, dann ist es einfach elementar wichtig, dass du jetzt handelst, dass du aufhörst zu zögern, dass du aufhörst, weiter wertvoller Lebenszeit zu vergeuden. Ja? Und wenn du es tatsächlich ernst meinst, es gibt ein weiterführendes Video, schau dir das gerne an. Dauert so 15 Minuten. Ich poste es dir auch gerne hier jetzt ins Kommentarfeld mal rein. Internetanschrift ist www.irngart-bronder.de slash Seele. Schau dir das an und dann kannst du dich auch gerne zu einem kostenfreien Beratungsgespräch werben. Dann ist der weitere Ablauf so, dass dich jemand aus meinem Team anruft und mit dir genau schaut, wo stehst du und wie genau können wir helfen, in dein freies Leben jetzt wirklich durchzustarten. Wenn du also jetzt wirklich tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest, ganz dich selbst leben möchtest, deine Mission hier erfüllen möchtest und bis eben immer noch gezweifelt hast und die Dinge, die ich dir hier mitgegeben habe, jetzt heute Morgen schon gefühlt hundertmal gehört hast und dann letzten Endes zwei, drei Tage mal ein bisschen dran gedacht hast und doch nicht wirklich stabil umgesetzt hast, weil wir dann natürlich immer wieder in alte Muster zurückfallen, dann erzählen wir uns die Geschichte, bei mir funktioniert das nicht. Das funktioniert bei dir auch so. Es geht nur um die Stabilität in eine andere Richtung und ja, natürlich gilt es auch nochmal genau hinzuschauen, weil jeder von uns hat ja nichtsdestotrotz nochmal andere Prägungen in sich verborgen, andere Muster, andere Glaubenssätze. Das ist das Geheimnis, wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der dich an die Hand nimmt und dich von A nach B führt. Hier, das rettende Ufer für dich, das ist schon da. Du darfst ja nur das Navi dazu holen. Also schau dir unbedingt das Video an, das ich dir im Kommentarfeld verlinkt habe und wenn du jetzt aufhören willst zu träumen von deinem freien Leben und tatsächlich andere Resultate haben möchtest, wenn du aufhören möchtest, fremdbestimmt zu leben und tatsächlich selbstbestimmt leben möchtest, vielleicht bist du ja auch schon nebenberuflich selbstständig oder möchtest es gerne werden oder hast es auch schon mal versucht, selbstständig zu sein, aber es läuft nicht so rund, nicht mit der Geldenergie, wie du es gerne hättest oder die du brauchst und tatsächlich auch deinen Lebensunterhalt zu sichern, dann schau dir das Video an, buch dir ein Beratungsgespräch. Es ist natürlich auch im Grunde genommen nichts Falsches dran, wenn du weiter nur davon träumst, wie es ist, frei und unbeschwert zu leben. Wenn du weiter Dinge dir ausredest bist und damit beschweren wir uns auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch. Die Frage ist, wie willst du es haben? Du hast die Wahl. Bitte, bitte, bitte öffne dich dem Gedanken. Du hast die Wahl. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen. Wie willst du Ende des Jahres leben? Wie willst du auf dieses Leben zurückblicken? Wie willst du auf dieses Jahr hier zurückblicken? Wie ernst ist es dir tatsächlich mit der Veränderung? Das sind alles Fragen, die ich mir auch mal gestellt habe. So bin ich auf diesen anderen Weg gekommen. Wie willst du es haben? Und das hat ja auch seinen Sinn, das hat ja auch seinen Grund, warum du hier bist, warum du mir jetzt hier schon einen Stündchen hier laust. Es stößt ja irgendwas auf Resonanz in dir. Sonst ja wirst du jetzt nicht hier. Das heißt, die Dinge, die ich hier mit dir teile, das ist ja genau das, was es irgendwo tief in dir auf der unbewussten Ebene denkt, was auf Resonanz stößt. Also nutz die Chance, hör auf weiter zu zögern, triff eine neue Entscheidung, triff eine neue Wahl. Du hast es verdient zwischen diesem neuen Leben, wo du gerne hin möchtest, wie du leben möchtest. Das muss ja jetzt bei dir nicht unbedingt Zypern sein wie bei mir. Finde deine eigene Lebenswirklichkeit, wie du es haben möchtest. Wo möchtest du leben? Wie möchtest du leben? Mit wem? Wie viel Zeit möchtest du arbeiten? Wie soll überhaupt dein Leben ausschauen, dein Tag? Triff eine neue Wahl, triff eine Entscheidung. Du bist tatsächlich nur eine Entscheidung davon entfernt und löst dich auch von dem Gedanken, erst wenn dann und diese ganzen Jahr Arbeits, wo jetzt der Kopf einsetzt, die ich auch nur so gut aus meinem frühen Leben kenne, das sind alles Geschichten, wo der Kopf uns erzählt. Was wäre, stell dir dann diese Frage, was wäre, wenn es doch jetzt möglich wäre? Ihr Lieben, ich glaube, Deutschland haben wir auch Pfingstwochenende jetzt, morgen ist noch Feiertag, in diesem Sinne, schau dir das weiterführende Video an, hab noch einen wunderschönen Tag, ganz liebe, sonnig, warme Grüße hier nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer du zuschaust. Wir sehen uns und ja, wenn du möchtest und ein Plätzchen für dich frei ist, gerne auch in der Akademie, damit du auch in fünf Wochen von jetzt angewescht, hast du erstmal Klarheit über deinen Seelenplan, daraus können wir gemeinsam deinen Seelenberuf kreieren und daraus kannst du dir dein Leben dann so erschaffen, wie du es wirklich haben möchtest, auch mit der Geldenergie, die du gerne haben möchtest und was damit dann einfach auch alles zusammenhängt. Okay? Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.